Schimmer-Klingen-Trio könnt ihr hier am Kontrollpunkt von Schloss Ensis finden und natürlich zeige ich euch auch gleich wie der Zauber funktioniert. Vom Kontrollpunkt müsst ihr theoretisch hier hinten in das Dorf rein bzw. hinter diese Burg und da findet ihr eben das Teil und da schauen wir uns mal an wie das Ganze funktioniert. Sind also hier so drei Schwerter die dann auftauchen, dauert auch relativ lange bis das Spawnt und am Gegner sieht es ungefähr so aus. Macht schon ein bisschen Schaden, ist nicht ganz so schlecht, aber finde ich persönlich nicht übertrieben gut. Auf jeden Fall vom Checkpoint aus starten wir hier einmal durch geradeaus und gehen hier einmal runter und springen durch das Loch hier durch. Und wenn wir hier unten dann angekommen sind folgen wir diesem Weg immer weiter bis wir hier den Wasserfall finden. Da können wir hier über die Steine rüberspringen auf die andere Seite und kommen dann hier drüben bei einer Leiter raus. Diese Leiter benutzen wir um nach oben zu kommen und wenn ihr oben angekommen seid macht ihr am besten erstmal die Gegner platt die sich hier im Raum befinden. Habt ihr das erledigt geht es weiter geradeaus durch links die Treppe hoch. Achtung hier kommen auch noch ein paar Gegner die ihr gern erledigen könnt. Folgt diesem Weg bis ganz ans Ende und dann einmal rechts abbiegen. Hier beschießen euch Magier die könnt ihr aber ignorieren. Den Hund solltet ihr unbedingt platt machen der verfolgt euch nämlich sonst ewig. Hier in die Kirche rein dann rechts rum und dem Weg einmal folgen links entlang die Treppen nach oben. Und hier einmal durch die nächsten Treppen auch noch hoch durch die offene Gittertür und dann hier runter. Und hier unten ist der Zauber noch nicht versteckt. Wir müssen erstmal hier die Leiter hoch und dann kommen wir hier oben auf das Dach. Und hier oben auf dem Dach gibt es noch ein paar Sachen einzusammeln. So ein paar Schmiedesteine und so weiter. Holt euch das erst auf jeden Fall bevor ihr dann hier runter springt. Und hier unten könnt ihr dann den Zauber einsammeln. Hier auf jeden Fall nicht weg teleportieren, sondern auch hier nochmal dem Weg folgen. Und zwar einmal hier nochmal runterspringen. Da könnt ihr nämlich hier hinten in der Kiste noch ein sehr schönes Schild einsammeln, was wir hier finden. Und das nehmen wir natürlich einmal mit. Wolfswappenschild haben wir dann hier auch noch eingesammelt und ist natürlich eine gute Ergänzung.